Dieses Mittel hat uns die ganze Zeit begleitet. Es war wichtig, die Ermittlungen fortzuführen. Im Moment ist es so, dass eine Operation durchgeführt wird in Damarta-en-Guehl. Dort ist die Gesamtheit der Dienste in der Zone mobilisiert. Das heißt Mobilisierung vor Ort. Die Operation wurde gestern gestartet und reaktiviert unsere Reaktion und die Anwendung entsprechender Mittel. Die GIGN, die Spezialinheit, ist vor Ort und die Operationen werden in den Stunden und Minuten die Folgen durchgeführt. Im Rahmen eines Kompletteinsatzes, der vom Generaldirektor der Gendarmerie und der Nationalpolizei geleitet wird, unter der Koordination des Dienstes des Innenministeriums. Und dann unterbrechen wir das.